Es ist einfach ein Play-Off und wir müssen dabei sein und es ist egal, ob wir drei Spiele miteinander gespielt haben. Es ist egal, jetzt ist Play-Off und wir möchten einfach jedes Spiel gewinnen. Es geht nur um Sieg oder Niederlage. Am Mittwoch ist ein völlig neues Spiel, vielleicht nur ein kurzer Ausblick von deiner Seite auf das Spiel. Am Mittwoch wird vermutlich ein Häckselkessel am Seilersee werden. Ich glaube, es wird voller Haus, die Stimmung wird sicherlich geil und ich hoffe, dass es wieder 1-1 wird und wir kommen hier wieder. Ja, in Iserlohn zu spielen ist natürlich immer wahnsinnig schwer. Die sind sehr heimstark und wir müssen wirklich von der ersten Minute an bereit sein, um da was mitzunehmen. Sie wissen selbst, dass sie sehr heimstark sind. Man hat es auch gegen München gesehen und von daher müssen wir uns jetzt gut regenerieren, gut essen, viel schlafen und dann geht es auch schon nach Iserlohn und hoffentlich sind wir dann wieder von der ersten Sekunde an bereit wie heute. Ja, die haben uns das ganze Jahr über ein bisschen Sorgen bereitet. Ja, aber wir kennen unsere Stärken, wir glauben an uns und wir müssen körperlich präsent sein und gut dürfen sie spielen und dann gewinnen wir auch die Spiele.